Schnitzel! Schnitzel! Du bist nicht schnitzel! Schnitzel! So, ich sag gleich, Knittels! Schnitzel! Schwyz 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 Ein eigener Bundesstaat der Schweiz Schwyz Schwyz ist die Hauptstadt vom Bundesstaat Schwyz Es gibt eine Person, die wohnt in Schwyz in der Schweiz und die heißt Tabiya Ulrich Und die ist süß Ja, süß ein Mensch